Technische Beschreibung des OBDI-Fehlercodes, Drosselklappensensor Schalter B-Stromkreis Intermittierend Was bedeutet das? Dieser Diagnosefehlercode DTC ist ein allgemeiner Antriebsstrangcode, der für alle Fahrzeuge ab 1996 Dodge, Chrysler, Hyundai, Jeep, Mazda und so weiter gilt, obwohl generisch, können die spezifischen Reparaturschritte je nach Markemodell variieren, nach meiner persönlichen Erfahrung habe ich festgestellt, dass ein gespeicherter P0224-Code bedeutet, dass das Antriebsstrangsteuermodul PCM eine zeitweise Fehlfunktion im Stromkreis für den Stromkreis des Drosselklappensensors B-TPS erkannt hat, das TPS ist typischerweise ein Potentiometersensor, der eine 5-Volt-Referenzschaltung vervollständigt, das TPS wird mechanisch über eine Verlängerung der Drosselklappenwelle oder eine speziell entwickelte Lasche am Sensor betätigt, beim Öffnen und Schließen der Drosselklappe werden Kontakte im Sensor über eine Leiterplatte gezogen, wodurch der Sensorwiderstand variiert wird, wenn der Sensorwiderstand geändert wird, schwankt die TPS-Schaltungsspannung, das PCM erkennt diese Schwankungen als unterschiedliche Grade der Drosselklappenbetätigung, das PCM verwendet Eingangsspannungssignale vom TPS, um die Kraftstoffzufuhr und den Zündzeitpunkt zu berechnen, außerdem werden TPS-Eingabedaten verwendet, um den Ansaugluftstrom, den Abgassauerstoffgehalt, die Abgasrückführungsfunktion AGR, und den prozentualen Anteil der Motorlast zu überwachen, wenn das PCM über einen festgelegten Zeitraum und unter programmierten Umständen eine bestimmte Anzahl von intermittierenden oder fehlerhaften Signalen vom TPS erkennt, wird ein Code P0224 gespeichert und eine Störungsanzeigelampe, Miel, kann aufleuchten, schwere Grad und Amp-Symptome, das TPS spielt eine wichtige Rolle für das Fahrverhalten des Motors, daher sollte ein gespeicherter Code P0224 mit einer gewissen Dringlichkeit behandelt werden, zu den Symptomen eines P0224-Codes können gehören, zögern beim beschleunigen schwarzer Rauch aus dem Motorabgas, besonders beim Start, verzögerter Motorstart, insbesondere beim Kaltstart, verminderte Kraftstoffeffizienz, gespeicherte emissionsbezogene Codes können einem P0224 beiliegen Ursachen, mögliche Ursachen für diesen Motorkode sind, TPS-Defekt oder falsch eingestellt, Unterbrechung oder Kurzschluss der TPS-B-Kabel oder Anschlüsse Bindung oder beschädigte Drosselklappe, schlechtes PCM oder ein PCM-Programmierfehler Diagnose und Reparaturverfahren, ein guter Ausgangspunkt ist immer die Suche nach technischen Service-Buildtanks, TSB, für Ihr bestimmtes Fahrzeug, Ihr Problem ist möglicherweise ein bekanntes Problem mit einem vom Hersteller herausgegebenen bekannten Fix und kann Ihnen bei der Diagnose Zeit und Geld sparen, normalerweise verwende ich einen Diagnosescanner, ein digitales Volt-Ohmmeter, DVOM und eine genaue Fahrzeuginformationsquelle Alldata DIY, um einen Code P0224 zu diagnostizieren, eine erfolgreiche Diagnose beginnt normalerweise mit einer Sichtprüfung aller systembezogenen Verkabelungen und Steckverbinder, ich teste auch gerne die Drosselklappe auf Anzeichen von Verkokung oder Beschädigung, reparieren oder ersetzen Sie defekte Kabel oder Komponenten nach Bedarf, und überprüfen Sie dann das Drosselklappengehäuse und den TPS erneut, schließen Sie den Scanner an den Diagnosestecker an, rufen Sie alle gespeicherten Fehlercodes ab und notieren Sie sie zur späteren Bezugnahme, ich behalte auch alle zugehörigen Standbilddaten, meine Notizen sind oft hilfreich, wenn sich der gespeicherte Code als zeitweise erweist, als nächstes würde ich die Codes löschen und das Fahrzeug testen, fahren Sie mit der Diagnose fort, wenn der Code zurückgesetzt wird, wenn es nicht zurückgesetzt wird, muss sich der Zustand möglicherweise verschlechtern, bevor eine korrekte Diagnose gestellt werden kann, betreiben Sie das Fahrzeug normal, bis das PCM in den Bereitschaftsmodus wechselt oder der Code zurückgesetzt wird, suchen Sie anschließend nach technischen Service-Buildtanks TSB, die für die jeweilige Störung und das betreffende Fahrzeug gelten, und wenden Sie sich an Ihre Fahrzeuginformationsquelle, verwenden Sie gegebenenfalls die Informationen im entsprechenden TSB, um Ihre Diagnose zu erleichtern, TSBs können besonders hilfreich sein, wenn ein intermittierender Zustand diagnostiziert wird, der Scanner-Datenstrom kann nützliche Informationen zu Störungen und Inkonsistenzen im Drossel-Klappen-Stellungssensor liefern, wenn Sie den Scanner-Datenstrom so einschränken, dass nur relevante Daten angezeigt werden, erhalten Sie eine genauere Datenantwort, wenn keine Störungen festgestellt werden, testen Sie das TPS mit dem DVOM, durch die Verwendung des DVOM erhalten Sie Zugriff auf Live-Daten, wenn die entsprechenden Testleitungen an die Erdungs- und Signalstromkreise angeschlossen sind, beobachten Sie die DVOM-Anzeige, während Sie den Gashebel manuell betätigen. Suchen Sie nach Spannungsstörungen, wenn der Gashebel langsam von der geschlossenen Position auf den weit geöffneten Gashebel betätigt wird, die Spannung reicht typischerweise von 0,5 Volt bei geschlossener Drossel-Klappe bis 4,5 Volt bei Vollgas, wenn Störungen oder andere Inkonsistenzen festgestellt werden, vermuten Sie, dass der zu Testende Sensor defekt oder falsch eingestellt ist, zusätzliche diagnostische Hinweise, wenn das TPS ersetzt wurde und ein P0224 weiterhin gespeichert ist, konsultieren Sie die Fahrzeuginformationsquelle für TPS-Einstellspezifikationen verwenden Sie den DVOM mit den Testleitungen an Masse- und Signalstromkreise angeschlossen, um den TPS genau einzustellen.